Es ist Donnerstag, der 27. Oktober und herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-In-NFT. In der heutigen Folge gibt es News zu dem neuen britischen Premierminister und Infos zu dem englischen Kryptogesetz. Ihr erfahrt von dem neuen NFT-Porsche-Programm, das mit In-Real-Life-Utilities glänzen will. Und neben unserem täglichen Blick auf den Krypto-Chart und den Flop-Preisen auf OpenSea, blicken wir auf die anstehende Twitter-Übernahme, eine neue Möglichkeit NFTs aufzubewahren und auf die OpenSea-Story, die durch Insider-Handel in die Geschichte eingeht. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All-In-NFT. Starten wir direkt in die heutige Folge. Dem Vereinigten Königreich ging es in den letzten Wochen wirtschaftlich gesehen eher nicht so gut, um es noch vorsichtig auszudrücken. Doch das könnte sich mit der Ernennung von Rishi Sunak als neuer Premierminister nun ändern und vor allem für die Krypto-Industrie ein Segen sein. Dieser hat nämlich eine bekannte Vorliebe für die Blockchain und könnte sich in kommender Zeit als wahrer Vorreiter erweisen, indem er das Potenzial des Web3 nutzt, um Großbritannien wirtschaftlich umzustrukturieren. Bereits im April machte Rishi Schlagzeilen, indem er ein NFT-Finanzprojekt ankündigte. Infolgedessen wurde die sogenannte Royal Mint beauftragt, einen Non-Fungible Token zu erschaffen, wobei gleichzeitig angedeutet wurde, dass sie die Verwendung von Stablecoins innerhalb ihrer wirtschaftlichen Infrastruktur untersuchen würden. Bisher sind die NFTs von Rishi nicht zustande gekommen, wobei Quellen besagen, dass sich die Token noch in der Entwicklung befinden. Trotzdem bleiben die Gedanken des neuen Premierministers zur Blockchain klar und lassen eine Menge Optimismus für ihre Akzeptanz auf den britischen Markt zurück. Ich denke persönlich, hier können wir uns auf jeden Fall in naher Zukunft auf einige innovative Web3-News freuen. Passend dazu kommen wir doch gleich zur nächsten Kryptonachricht aus Großbritannien, denn das britische Parlament verabschiedete am 25. Oktober ein Gesetz zur Regulation von Kryptowährungen. Man stuft diese als finanzielle Instrumente ein, womit der Bitcoin und Co. unter den Financial Service and Markets Act fallen und der Kryptoverantwortungsbereich fortan bei dem Finanzministerium liegt. Wie wir sehen, werden in Großbritannien seit diesem Jahr immer wieder verschiedene Gesetze zur Regulierung des Kryptomarkts diskutiert, unter anderem in Bezug natürlich auf die Stablecoins, die vor allem nach dem Terra-Desaster in den Fokus rückten. Neben der Verfolgung von Terra-Labs-Gründer Duquon gibt es eine weitere Story, die uns seit Wochen beschäftigt, aber möglicherweise findet diese Geschichte am Freitag ihren Höhepunkt, denn laut mehreren Quellen will Elon Musk das Unternehmen Twitter noch diesen Freitag kaufen. Wie Bloomberg berichtet, bleibt es wohl auch dabei, dass Binance um CEO Champagne Chao 500 Millionen US-Dollar zum Twitter-Deal beitragen will. Champagne Chao gab das Angebot bereits im Mai 2022 ab, als der Deal ins Laufen kam und jetzt bekräftigte er sein Vorhaben nun nochmal in einem Interview. Der Binance-Chef sieht Twitter als Teil einer Marketing-Strategie vor allem für das Web3, bei dem Twitter eine tragende Rolle spielen soll. Währenddessen zeigt sich die US-Regierung laut Bloomberg besorgt über die ausländischen Investoren bei diesem Deal. Neben Binance soll auch der Prinz von Saudi-Arabien eine wichtige Rolle bei diesem Deal spielen, wonach erheblicher Einfluss auf Twitter ausgewirkt werden könnte, heißt es abschließend. Damit wechseln wir heute erstmalig die Kategorie Wechseln zu CoinMarketCap und schauen uns einmal die aktuellen Kurse der Kryptowährungen an. Naja, ich glaube ich kann nicht so gut singen, was ich aber gut kann anscheinend ist die Kryptokurse lesen und ich kann euch mitteilen, auch das sieht sehr gut aus. Bitcoin anfänglich, ihr wisst es, den Tag zuvor schoss erstmalig seit langem wieder über die 20.000 Euro Marke. Gestern hat dem Bitcoin bis zu 20.800 Euro noch nach oben geschossen, aber im weiteren Verlauf fiel der Bitcoin dann zum späten Abend auch wieder etwas armer. 20.600 Euro heißt es nach dem Schließen der Wall Street, was ein Plus von 3,2% sind. Jetzt natürlich die nächste Info. Wie sieht es bei Ethereum aus? Bei ETH kann ich euch sagen, unglaublich geht es weiter wie den Tag zuvor. Plus 9% am gestrigen Tag hieß es kurzfristig, denn Bitcoin bzw. Ethereum, entschuldigt an dieser Stelle, befand sich bei ca. 1480 Euro. Also schoss sofort in den frühen Morgenstunden auf die 1.500 Euro Marke, dann ging es wieder etwas herab, frühe deutsche Zeit, ihr wisst Bescheid. Aber im weiteren Verlauf, auch als die Wall Street öffnete, schoss ETH wieder über die 1.500 Euro Marke und erreichte wirklich im Peak 1.580. Nach dem Schließen der Wall Street ging es auch wieder etwas herab, aber es heißt letztendlich ein Kurs von 1.540 Euro und das sind immerhin plus 17% in den letzten 48 Stunden. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Plus 17% bei ETH. Tut mir natürlich leid für alle, die jetzt natürlich Anfang dieser Woche ETH nachschießen wollten, weil natürlich Anfang Ende des Monats ist. Aber so ist das Leben. Es kommen natürlich auch wieder andere Zeiten, aber so auf jeden Fall können wir uns doch erstmal erfreuen von steigenden Kryptokursen. An dieser Stelle natürlich wie immer der kurze Disclaimer, das sind alles meine eigenen Meinungen, meine eigenen Gedanken, der Podcastdienst natürlich lediglich der Unterhaltung und ist keine Finanz- oder Anlageberatung. Wenn wir uns die anderen Kryptokurse anschauen, kann ich euch mitteilen, BNB auch ein Plus, aber nur leicht 0,50%. Aktueller Kurs hier 286 Euro. Ripple minus 1% im Gegensatz zu allen anderen Kryptokursen, denn ich kann euch mitteilen, Cardano plus 2,84%, Dogecoin plus 12% am gestrigen Tag. Ähnlich wie bei ETH jetzt hier die letzten 48 Stunden plus 16%. Andere Kryptokurse, die wirklich ausfallend gestern gewesen sind, ist Ethereum Classic noch dazu, plus 5,2%. Dann haben wir den Toncoin, den Ton dazu, den Podcast vom Tag zuvor nochmal anhören, denn ihr wisst, Telegram-Nachricht, die NFT-Nachricht, Ton klingelt es da? Ja, ja, plus 45% hier in den letzten sieben Tagen, ja, Toncoin plus fast 50% in den letzten sieben Tagen. Auf Platz 30 mittlerweile gelistet, der aktuelle Kurs bei 1,81 Euro. Wenn wir uns ansonsten noch die Top 50 anschauen, kann ich euch mitteilen, dass sonst groß nichts auffällig noch gewesen ist. Der Flow-Token mit einem Plus von 3,46% hier der aktuelle Kurs bei 1,61 Euro und natürlich Negativ-Trend des gestrigen Tages, mal wieder der ApeCoin minus 6% aktueller Kurs vom ApeCoin 4,66 Euro. Damit würde ich doch sagen, verlieren wir keine Zeit, kommen direkt zu unserer nächsten Kategorie und das sind unsere NFT-News. Für viele Menschen ist der Besitz eines Porsche-Modells ein wahrgewordener Traum und das ultimative Statussymbol. Neben dem Erwerb eines der bekannten Fahrzeuge hat Porsche nun ein weiteres Highlight hinzugefügt und dabei sprechen wir von einem NFT-Erlebnis. Das betrifft speziell das Auto 911 GT3 RS, das nur ausgewählten Kunden in den Vereinigten Staaten zur Verfügung gestellt wird. Dieses limitierte Auto wird als Teil eines Tribute-to-Carrera-RS-Package herausgebracht, das NFT-Utility beinhaltet. Die Käufer erhalten NFTs, die als Nachweis dienen, dass sie an einer Porsche-Initiative und Veranstaltungen mit Rennstrecken-Erfahrung teilnehmen können. Neben dem digitalen Abzeichen, das sie erhalten, werden die NFTs auch mit Fahrzeug-Grafiken geliefert, die Details zu jedem einzelnen Auto bieten soll. Aber neben dem stolzen Preis von 312.000 US-Dollar für das Fahrzeug, ist das Ganze nur für Kunden erhältlich, die eine bestehende 911 GT3 RS-Zuteilung über einen US-Porsche-Händler haben. Ich habe mir nur gedacht, schade, dabei wollte ich gerade, als ich diese Nachricht las, zu meinem Porsche-Händler rennen, aber mal wieder heißt es USA-Only. Reisen wir mit den NFT-News in die Schweiz, wo Blutschips-NFTs, wie zum Beispiel die des Bored Ape Yacht Clubs, zukünftig bei der Bank aufbewahrt werden können. Die dort ansässige Kryptobank SEBA übernimmt die Verwahrung, indem der Account der Kunden aufbewahrt wird. SEBA ist eine regulierte Kryptobank in der Schweiz, spezialisiert auf die Verwahrung und Verleihung von Bitcoin. Doch dieser Service ist der erste dieser Art und diese Aussage bezieht sich auf die weltweit regulierten Banken. An dieser Stelle gehen auf jeden Fall Grüße raus an die Zuhörer und Zuhörerinnen aus der Schweiz. Ich weiß, dass ihr fleißig zuhört. Danke. Und Geldwäsche angeklagt, weil er seine Position auf dem NFT-Marktplatz dazu genutzt hat, Insider-Handel mit NFTs zu betreiben. Während seiner Arbeit bei OpenSea hatte Chase Dean Wissen und Einfluss darauf, welche NFTs auf der Titelseine erscheinen würden. Auf diese Weise konnte er sich vorher in die Sammlungen einkaufen und sie dann gewinnbringend weiterverkaufen. Zum Leitwesen von Chase Dean wurde der erste Antrag auf Abweisung einer Anklage abgelehnt. Sein Team hatte zuvor argumentiert, dass das Ganze nicht als Insider-Handel angesehen werden könnte, da NFTs nicht per se als Wertpapiere gelten. Während der Richter seinen Antrag auf Abweisung ablehnte, bezog er sich auf einen früheren Fall, in dem ein Händler über die Einzelheiten von zu veröffentlichten Artikeln informierte, die den Aktienkurs beeinflussen und später die erzielten Gewinne teilen könnten. Die an dem System beteiligten Personen wurden wegen Überweisungsbetrug verurteilt und aus diesen Gründen will der Richter die Anklage gegen Chase Dean auch weiterführen. Damit wechseln wir jetzt letztmalig die Kategorie, wechseln zu OpenSea selbst und schauen uns einmal die aktuellen NFT-Floorpreise an. Natürlich ist das eine ganz wilde Woche, die wir auf den NFT-Marktplätzen seit gestern sehen, weil wir natürlich einen so krass steigenden Ease-Kurs haben. Dementsprechend ist es mega interessant zu sehen, wie sich die NFT-Projekte verhalten. Ich kann euch sagen, Bored Apes auf Platz 1, Handelsvolumen 475 Eves, nicht so stark, wie man vielleicht vermuten könnte, Floorpreis 73 Eves. Azadid, jetzt wird es erstmalig interessant, der Floorpreis 1,28, so niedrig habe ich ihn ewig nicht gesehen, wir gehen Richtung 1. Mutant Apes fast um den Eves gesunken, 13,3. Die Clone Eggs ebenfalls um einen halben Eves gesunken, Floorpreis 8,30. Ich kann euch mitteilen, dass mittlerweile die Reddit-Avatars-NFTs nicht mehr so groß vertreten sind auf der OpenSea ersten 100-Seite. Aber kommen wir zu den Moonbirds. Fluffworlds 9,25 der Floorpreis, heißt hier relativ stabil weiterhin. Da hat das NFT-Projekt hier hingegen sehr gut profitiert, da natürlich der Eves-Preis gestiegen ist und der NFT-Floorpreis sogar sich nicht verändert hat. Fluffworld, aktueller Floorpreis 2,35. Rengar 1,23. Die Neolings, sehr stark gesunken, 0,12 jetzt aktuell. Gutter, Cat, Gang, 4,25. Die Goblins auch unverändert bei 0,87. Auch die Cyberkongs weiterhin 15,3. Hier kein veränderter Kurs. Dann haben wir die Beans bei Azuki. Die sind auf jeden Fall etwas gesunken, 0,85. Wir haben im weiteren Verlauf die Moonbirds Audities auch noch in den Top 50. Hier der Floorpreis bei 1,22. Die Doodles, auf jeden Fall sehr stark beeinflusst von dem steigenden Eves-Kurs. Wir gehen hier Richtung 6 wieder. Aktueller Floorpreis bei 7,10. Kitaro World Official auch mittlerweile 0,16. Die Coolcats fast um einen Eves mittlerweile gesunken. Die lagen zuletzt noch bei 3,3. Hier der Floorpreis 2,40. Killer Beers, aktuell sehr vielversprechendes Projekt. Der Floorpreis bei 1,55. Die WeFriend Series 2, 0,35. Und wenn wir uns jetzt schon bei 99,100 befinden, kann ich euch mitteilen. Haben wir auf 99 Anthony Hopkins, die Eternal. Ihr erinnert euch, 0,40 hier der Floorpreis mittlerweile. Und wir haben auf Platz 100 die DG Daigaku Genedis Adventure Key Collection. Mit einem Floorpreis von 0,29 Eves. Damit war es das für heute. Donnerstag ist hinter uns. Aber ihr wisst Bescheid. Heute EZB Leitzinsentscheid könnte natürlich wieder ordentlich Trouble auf den Kursen allgemein und natürlich sehr speziell für die Kryptokurse bedeuten. Sehen wir hier erneutes Up oder Down sogar heute mal wieder. Sehr, sehr spannender Tag. Sehr, sehr spannende Woche, wie ich finde. Ihr hört es, es ist mega viel los. Ich freue mich jeden Tag darüber, euch darüber zu informieren und auch euer Feedback zu halten. Vielen Dank dafür. Bedanke ich mich an dieser Stelle natürlich. Würde mich natürlich zusätzlich freuen. Abo da lassen, gerne bewerten. Und natürlich für alles Weitere gerne mal die Shownotes checken. Ich wünsche euch abschließend einen schönen Tag. Und natürlich, am meisten würde ich mich natürlich wieder freuen, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Und es heißt All-In-NFT. Ein abschließender Hinweis. Die im Podcast besprochenen Themen stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Der Moderator haftet nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umgebung... Die im Podcast besprochenen Themen.